X löst eine Aktion wie Aufheben, Öffnen etc. aus. Ich hoffe, er hebt nicht die Aktion auf, die er macht, indem ich X... Okay. Damit hallo, liebes Publikum. Willkommen zurück bei Let's Play Shenmue 2, der vermutlich letzten Folge. Nein, der letzten Folge. Punkt. Genau. Auch wenn es jetzt noch drei Stunden lang weitergeht. Das ist jetzt nur noch eine Folge. Wir stehen hier vor Shenmue. Ich habe was getriggert. Nein. Ich dachte, ich soll erstmal in die Küche. Ich kann hier ein Zeichen machen. Sie hat Origami für mich gefaltet. Jo, hab ein Seid. Ich kann nicht kochen. Und dann macht sie dir so ein Fünf-Sterne-Gericht. Wie so in der Schule, die die sagen, ich habe wahrscheinlich eine Sechs. Und dann haben sie eine Eins. Sieht wirklich gut. Hilf dir selbst nach Sekunden. Wahrscheinlich mag sie einfach ihr eigenes Essen nicht, weil sie immer wieder dieselbe Scheiß essen wollen. Was bedeutet das? Rabbit. Hä? Rabbit. Oh, wirklich? Transrapid. Ja, es ist. Er mag es nicht. Er hasst es. Ah so, von Hase. Ja. Das ist gut, was mit Hasuki. If he gets Zuki. If he gets rapid diarrhea. Oh, ja. Make yourself at home. You can use any space in this house. Wow. Thank you. I think I will check out the space bar. Take a look, if you like. Yeah, I will. I could really use a drink. Oh, ja. Geht er einfach zu einer random Schublade und legt sich rein? Ich soll mir die Sammlung von Shenhuas Vater ansehen. Na gut. Kommst du in so einen Raum, kannst viele Kinderköpfe. Oh Gott. Das Haus ist falsch. Was? Das Haus ist falsch? Das Haus ist falsch. Wieso ist es falsch? Wo ist es falsch? Hier jetzt so oder in Shenmue 3? Ja, aber schwer zu sagen, was jetzt origineller ist. Na, das hier kam eher. Ja, okay. Dann ist das Haus in Shenmue 3 falsch. Marginal. Außer ich übersehe irgendwas. Das ist Shenmue 3. Das weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn wissen, wessen Zimmer ist? Nee, ich meine, ich habe das jetzt für mich intern geklärt. Eigentlich. Das ist Shenmue 3. Aber das sah jetzt aus wie ein Arbeitszimmer. Ja, eben. Deswegen ist das Haus falsch. In Shenmue 3. Verstehe. Oder war die Küche Shenmue 3? Nein. Nein, im Sinne von da, wo jetzt die Küche ist. Nee. Dass du das einfach kopfmäßig durcheinander gebracht hast. Nee, nee. Da fehlt ein Raum. Oh. Ah. Er hat den Phoenix Mirror gemacht? Wow. What? Der Phoenix Mirror. Landi, Sam, will wir bitte? It's the same. Oh. What is this drawing? My father told me, we've been in our family since long, long ago. But he wouldn't tell me anything else about it. Yo, what is this mirror? I heard that it was given to my father. Angeblich. To your father? This Phantom Riverstone can only be found in Bailu village. Phantom Riverstone? How did this mirror get to Japan? I don't know. Ah, das wurde gesagt, ja? Was? Dass er deswegen hierher soll. Ja. Where is your father now? He's at the stone pit, gathering Phantom Riverstone. Where is the stone pit? Over on the other side of the mountain. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Timer gestellt, aber ist ja egal, wenn es die letzte Folge ist. Vor Tagen. Can you take me there? I'm going to bring him food tomorrow morning. Come with me. Come with me. Did it. Did it. Did it. Come with me if you want to live. Did it. Fucking P. Did it. So. Am nächsten Tag. Um 8 Uhr am Morgen. Garantiert. Das sind jetzt irgendwie noch 10 Minuten, die wir hier spielen haben oder so. Und es wäre besser gewesen, wenn wir das doch an die andere Folge ranhängen würden. Ja, da kommen ja noch die ganzen Credits. Ja. Und. Kredite, Kredite. Und die Secret Dance Scene. Okay. Guck mal nach links. Guck mal nach links. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, da wo das Bücherregal ist. Da ist eigentlich eine Tür. Gerade zu. Und da müsste die Küche sein quasi, oder wie? Nee, hier ist die Küche. Ja, hier ist die Küche. Ja, und gerade zu müsste, hier müsste eigentlich eine Tür sein. Und da geht's in Shamu 3, Spoilerwarnung, ins Arbeitszimmer. Slash Rios Zimmer. Ja, aber hier in der Küche ist auch noch eine Tür. Vielleicht ist... Vielleicht haben sie es verschoben. Meinst du, dass sie einfach... Aber trotzdem ist ja auf der Seite Shamu 3 das Arbeitszimmer. Mhm. Äh. Ich soll jetzt was warten. Okay, dann warte ich. Ja, guck dich da oben. Oh, so war das gemeint. Okay. Ja. Ach ja, warten ist ja immer so... Ich bin nach draußen, siehst du? Ja, ich hätte zurück machen sollen, damit ich einfach alles... Naja, wir werden... Ah ja, stimmt. Ja, nee, da ist gar kein... Irgendwie noch was nach draußen ist. Nur auf der linken Seite quasi. Da, wo die Küche... Nee. Nee, nee. Noch mal weiter links. Es gibt zwei Eingänge. Es ist noch weiter. Wolkenvogel fahren. Alright. Aber müssen wir jetzt doch nochmal über Stock und Stein. Der gute alte Wolkenvogel fahren. Das ist wie so ein Mario-Legel. Stimmt. Wie dieser Sandphönix. Okay. Sunshine. Oh ja. Den haben wir aber im Let's Play ganz gut hingekriegt. Das stimmt. Ich glaube, da haben wir beim zweiten Mal oder so. Weiter inside? Falls überhaupt... Zweiten Anlauf gebraucht. Verklich? Nee, doch, den zweiten Anlauf haben wir auf jeden Fall gebraucht. Aber ich habe gehört, dass es ein Steinpitz für Phantom Riverstone ist. Phantom Riverstone. Phantom Riverstone. Ja, das ist die gleiche Stein wie dein Mierer. Ja, kann ich dir was fragen? Was ist das mit dem Fenix-Mierer? Ja. Schön, dass die Geschwindigkeiten nicht gut an deiner angepasst. Nee, nee. Es hat mir ein Spiel, wo jemals NPC ist und Spielercharakter dieselbe Fackeln Geschwindigkeit halten können. Ich kriege jedes Mal das Kotzen. Jedes Mal das Kotzen, der hat meinen Vater getötet. Lendee. Ich weiß nicht. Getötet? Oh, das ist richtig. Dein Vater wurde getötet, wegen der Mierer. Das heißt, mein Vater ist responsible für die Tod der Deine Vater. Huh? Because of the Mierer? Ja, das hast du doch gerade selbst gesehen. Ein villager, der sagt, dass der älteren König hat Mierer aus dem Phantom Riverstone gemacht hat. Aber die Ruhler kämpft für den Mierer, die versucht, seinen eigenen Macht zu bekommen. Und einige haben sogar ihre Leben verloren, weil es so gut ist. Ja, aber warum? Ich wusste nicht, dass es so eine Legend war. Ich bin... 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 Was ist gerade die Amerika-Flagge, die da gerade lang geflogen ist? Ja. Okay. Also... Zum einen war ich gerade auch so perplex, einfach wirklich wegen dem Dialog, weil er... Er so... Er meinte irgendwie, ja, er hat, er hat, äh, meinen Vater wegen dem Spiegel gekillt. Und dann, ach ja, die Spiegel irgendwie, wegen dem haben sich schon einige gekillt. Wegen dem Spiegel? Naja. In dem, in dem blauen Haus dort, da gibt's Lebensmittel. Ja, Lebensmittel sind meistens im blauen Haus. Das Haus ist blau. Heierlich. Was ist das? Es ist anders. Was ist das? Es ist kein einziges Zerch. Oh. Wegen dem Regen vom vor zwei Tagen. Oh nein, verkackt, weil wir zu lange gebraucht haben. Warum sind sie heute hier? Hatte etwas passiert? Ich weiß nicht, aber... Ich sensi, dass etwas nicht richtig ist. Yo, lass uns auf den Weg gehen. Das ist witzig. Aber so wirkt das doch gerade irgendwie so ein bisschen... Also es war schon gerade so in dem Moment so... Oh, oh, oh. Jetzt machst du mir ein bisschen... Es wäre aber schon ein bisschen mies, das so ganz spät im Spiel zu haben. Okay, jetzt geht's doch nochmal über Stock und Stein. Ich bin bereit. Für den Pop-In von dem ganzen Gedönster gerade eben. Oben die, die Holzdinger sind halt nach und nach so aufgeploppt. Ja. Na gut, von dem PC-Port kann man auch nicht viel erwarten, ne? Und hier gibt es jetzt den Phantom River Stone. Aus dem die legendären Spiegel gemacht sind. Aber wozu? Was ist so special an diesen Spiegeln? Wer weiß? Take this. It's dark inside. It's a Marshmallow. Das habe ich mir aber auch schon so gedacht. The Stone Pit is further inside. Follow me. Follow me. Follow me. Come on. Follow me. Hello. Follow me. Somebody there. Steinggrube. Steinggrube. Kann ich schon mal nicht einfach anzünden? Ist eine laufende Fackel. Die ist schon heiß genug. Wow. Sie ist 16. Jesus. Hab deine Hormone mal im Griff, mein junger Mann hier. Deine Hormone mal im Griff. Ja. Genau das habe ich gesagt. Schön, dass du mich gehört hast. Bin ich sehr stolz drauf, dass du hören kannst, noch nachdem ich so laut gewesen bin, stellenweise. Hier. Hier. Jetzt essen wir das Essen für meinen Vater. Was ist denn das da unter dem Tisch? Ist das ein Granola Bar oder was ist das? Father. 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 Das ist so ein bisschen wie bei Tekken 3 von diesen Movies. Da gibt es einen von einer, die sieht so ähnlich aus wie sie. Der ruft auch nach ihrem Vater und dann kommt da ihre Mutter um die Ecke und dann... Mother. Das ist aber auch nach ihrem Vater. Das klang ähnlich. Das ist einfach mal dasselbe Wort. Okay. Also wir gehen jetzt tiefer in die Höhle, um den Vater zu suchen. Wir müssen doch eigentlich nur noch den Phantom Riverstone suchen. Aber wenn es davon so viel gibt... Weil die sind ja hier offenbar an der Quelle davon. Warum macht man sich nicht einfach nochmal so einen Spiegel? Also warum sind ausgerechnet die beiden Spiegel so wichtig? Und warum hat er immer noch den Blueprint dafür quasi? Auch wenn das schon Ewigkeiten... Also das war jetzt nur sowas, was sie da rausgezogen hat. Aber trotzdem. Weil wenn es den Stein noch gibt und noch mehr davon gibt und es die Blueprints gibt, kann man doch einfach mehr von diesen Spiegeln machen. Also wenn Ryo jetzt theoretisch noch den anderen Spiegel braucht, kann er auch einfach Shanoas Vater fragen. Ey, machst du mir noch den anderen? Den Dragon Mirror? Dann ist dann die am Arsch. Dann hole ich mir den Schatz. Oder die Kraft. Oder was auch immer mit den Spiegeln jetzt auf sich hat. Die Subway-Kopons. Das ist dann so wie in dem Film hier mit Nicolas Cage. Die Legende der Tempelritter. Vermächtnis der Tempelritter. Ja. Wo die dann irgendwie... Da machen die die Spiegel erst rechts und dann links rein. Und dann, keine Ahnung, da macht sich eine Tür auf. Und dann ist da nochmal was. Und dann gibt es da noch einen Hinweis. Und so weiter und so fort. Und dann muss man den Sword Guard, den wir seit Anfang an dabei haben, plötzlich da rein und drehen. Und so in etwa. Die Tür ist ört. Sie hat immer gelockt. Vielleicht ist dein Vater da drin. Die Mine. Was liegt hinter der Tür? Vater hat mich nie zu lassen. Was liegt hinter der Tür? Doch hoffentlich nicht dein Vater. Vielleicht ist er hier drin. Let's go. Are you scared? I'm not scared. I don't care. This place. Das ist all der Stein, den mein Vater schon ausgebaut hat. Fuck. 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 Die Musik erinnert mich aber eher an ein anderes Spiel irgendwie. Aber ich komme nicht drauf welches. Schon ein bisschen Final Fantasy 8 mäßig. Also ein bestimmter Song, aber ich kann dir nicht sagen, wo der läuft. Vermutlich in der Höhle. Nee, das glaube ich nicht ganz. Mal schauen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ein Weg. Let's go take a look. Muss ich jetzt nochmal balancieren? Das weiß ich nicht. Könnte sein, aber ich glaube nicht. Es sei denn, ich würde jetzt ganz nah an den Rand gehen. Wow. Nee, nicht mal das. Wow. Hier habe ich jetzt natürlich Safeguard Rails. Vom Spiel bekommen. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. No tears, only dreams. Auf geht's. Schauen wir uns doch mal an, was hier ist. Die Höhle führt in einen weiteren Abschnitt der gleichen Höhle. Eine Höhle, in einer Höhle. Das ist ja quasi wie eine große Höhle. Shenwar. Ich bin abgehauen. Nur mal kurz Zigaretten kaufen. Wir sehen uns nie. Geschrieben, dein Nichtvater. PS, du bist adoptiert. Das weiß ich doch schon längst. Vater ist reinget. Ah. Dear Shenwar. Mein Arbeit ist fertig. Ich habe zurück in meinen eigenen Planeten. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Die Zeit des Schicksals ist gekommen. Shenwar. Geh mit dem One. Was ist, wenn Landi jetzt den Phönix gehabt hätte? Er wäre so mit Landi mitgegangen. Helikopter. So kriegt er alle den Schickle rein. The Sword of Seven Stars. Oh, ein Schwert. Oh, wir können Landi mit dem Schwert besiegen. Oh, nice. Das ist bestimmt das Power Rangers Schwert, was der Weiße hatte. The Sword of Seven Stars. Sag das dreimal schnell hintereinander. Der Power Ranger, der das Weiße hatte. Der Power Ranger, der das Weiße hatte. Ich meine, Sword of Seven Stars zu death. Ach so. Ich bin hier zum ersten Mal, du Vollidiot. Siehste, ich sag's doch. Das eine führt zu dem nächsten Hinweis und dann zu dem nächsten. Du weißt dich, die Schlange in den Schwanz. Genau. Schnitzeljagd. Und vorhin wurden wir ja schon auf die Schlangen hingewiesen, als wir auf dem Pfad rumgelaufen sind. Also vorhin für uns, für euch vor drei Tagen oder so. Was weiß ich, wie viele Folgen das her ist. Das war, glaube ich, vorletzte Folge. Also vorletztes Mal, als du aufgenommen hast. Als ich aufgenommen habe. Guck mal, direkt was gefunden. Das Portemonnaie eines alten Mannes. Nein. Das ist... Ein Face. Ja, da muss ein Schwert rein. Das habe ich jetzt auch schon gedacht. Bei der Macht von Greyskull. Und das ist ein Phönix. Das ist es. Steck das Schwert rein, Junge. Das tattest du in deinem Haus doch auch schon mal, mit dem Swordguard und dem Schwert und so. Wow. Das ist echt krass. Sieht aus wie das Butterfly-Sword aus Dark Souls und den ganzen Souls-Spielen generell. Sieht aus wie das Schwert aus. Nichts ist in der Erinnerung. Mit den Katzen. Mit den Katzenmenschen. Die TV-Sendung. Weil die TV-Sendung. Ich weiß nicht, von du redest so. Ich werde mit Lionel, dem... Ich habe den Namen von der Serie vergessen. Bitte was? Hier, es waren Katzen, anthropomorphische Katzenmonster. Die waren... Ich habe den Namen vergessen. Ich kann es nicht mehr. Was zum... Was ist denn jetzt los? Thundercats. Thundercats, ah. Was war denn das jetzt hier? Ist jetzt plötzlich Magie in Shenmue oder was? Du musst halt die ganze Zeit irgendwie so... Du musst mit dem Gabelstapler hin- und herfahren, weil alles hyperrealistisch sein muss. Und jetzt, ohne das Schwert zu berühren, steckt es irgendwie rein? Irgendwie es fängt an zu leuchten und Magie, nur wenn sie es anfasst? Das ist wegen der Magneten in ihrem Arsch. Oh Gott. Touché. Aber sie hat ja nicht versucht, mit dem Hintern das Schwert runterzudrücken. Ja, das ist die gegenpolige Kraft. Ja, das stößt quasi durch ihren Körper durch ab. Ich werde sie auch nicht dran hintern. Sie ist immer der Butter der Schmerzen. Jeder weiß, sie heißt Butters. So. Ja, da oben. Da muss der Phoenix Mirror rein. Sieht man doch. Oh, da muss ja der Dragon Mirror rein. Auf jeden Fall einer von den beiden. Ja, die Phoenix. Was? Ja, doch, doch. Das ist der Phoenix Mirror. Ja. 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 Ich weiß. Das ist ein CD-Spieler. Das ist wie bei Monster Rancher so ein bisschen. Da kommt er doch auch immer mit den Tontafeln an. Aber am Anfang hat er die CD, die normale. Okay. Ganz ehrlich, ist es, das ist so ein bisschen, da ist ein Schwert, okay. Und da war gerade Magie und das ist so ein Pillar. Und da war so ein komischer Kristall drin. Der Kristall schießt doch gleich garantiert ein Laser auf das Schwert. Ich bin mir 100% sicher. Weil dann quasi das Licht reflektiert wird und alles. Oh, ist Selfie ein bisschen mischend. Da steht einfach einer hinten und tief das Schwert auf. Ja. Vater. You're joking. Dein Ernst. Was zum Teufel? Lass mich raten. Nichts von alledem wird irgendwie auch nur ansatzweise im dritten Teil erklärt. Das sagt mir ja. Was zum... Das war ein Scherz. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ohne den Laser hätte man die Fackel auch niemals anzünden können. Nein. Auf keinen Fall. What? Why? Was ist das so... Was passiert hier? Was soll... Was soll das? Okay. Dass irgendwie was komisches mit den Mirroern passiert, okay. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie waren hier die ganze Zeit. Denn Shenmue ist kein Schatz. Es sind die Freunde, die wir auf dem Weg gewonnen haben. Okay. Dein Vater hat sich also hier eingeschlossen, nur um die zu replizieren. In riesig. Damit Landini nicht klauen kann. Die sind mir zu schwer. Ich habe keinen Bock mehr. Aber können wir nicht jetzt eigentlich auf Landini scheißen so ein bisschen? Weil der Phoenix Mirror ist hier. Er weiß nicht, dass es hier ist. Sonst wäre er ja schon hierher gekommen. Oder... Ich versuche gerade auch nebenbei noch zuzuhören, während ich hier Bullshit labere. Achso, dritter Teil. Wahrscheinlich taucht Landi hier auf. Also dann die ist das Böse. Weil er hat den Dragon Mirror. In der midst of the pitch black night, the Phoenix saves the day. Das bist du. Was ist das Böse? Was ist das Böse? Es wurde in der Stadt, seit langem vorhin gesagt. Ich habe dir ausgerasste Böse. Na was denn? Ist doch einfach mal so. Sorry, würde man doch wohl mal sagen dürfen. Es ist halt wirklich, wie gesagt. Shenmue 2, es ist noch nicht vorbei. Wir kommen zur zweiten Hälfte des Spiels. Okay, das war es jetzt, oder wie? Habe ich jetzt echt ein einziges Achievement nicht, oder was? Ich finde da noch ein Achievement. Wow. Seriously. Das war es jetzt. Das war es jetzt. Oh Mann. Und jetzt stell dir vor, du musst 20 Jahre warten. Geht weiter. Tja. Das war also jetzt Shenmue 2. Das Ende von Shenmue 2 auf jeden Fall. Das ist jetzt das Ende gewesen von Shenmue 2, ja. What? Es erklärt so gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es wirft ja noch mehr Fragen auf. Ich dachte, okay, jetzt haben wir hier irgendwie den Steinmetzen, der irgendwie mit dran, oder jedenfalls ein Nachfahren von den Steinmetzen, der diese Spiegel gebaut hat. Den haben wir nicht mal getroffen. Das sind ja zwei von diesen riesigen Spiegeln und plötzlich haben wir Magie. Nein, das heißt plötzlich. Also ich meine... Naja, was ist denn vor... Ich war schon da. Ja, was ist denn vorher passiert, was in die Richtung ging? Magisches. Ähm... Chai kann 10 Meter hochspringen. Über Dächer, weiß ich nicht. Das ist Skill. Ähm... Ne, also dass es irgendwas komisches geben muss, irgendwas in die Richtung, war ja klar, weil Landy ist ja nicht umsonst auf der Suche nach den Spiegeln. Und... Dass irgendwie eine große Macht dadurch heraufbeschworen kann, wenn man beide Spiegel hat. Und hier haben wir jetzt offenbar einen Teil davon gesehen. Aber ich sag mal so, nur mit dem einen Spiegel konnten wir doch jetzt das Schwert schon zum Fliegen bringen und... Dadurch einfach nur die beiden großen Spiegel erleuchten und... Ne... Warum? Warum ist einfach die Frage. Es gibt einen großen Schatz. Deswegen ist er ja... Ist ja Ren da hinterher. Es wurde ja was von einem Schatz gelabert. Ja. Weiter, ja. Alles frustriert mich einfach nur ein bisschen, weil... Es ist... Es sagt... Quasi, man weiß nichts und das Ende sagt noch weniger. Quasi, was denn? Oh Gott, wie viel fucking zuhörst ich im Schiff. Ja, ja. Ja, erzähl weiter. Der Form bei Loli. Das finde ich... Alles in I. Und das... Joli. Aioli. Ne, und das ist einfach für mich gerade so ein bisschen unbefriedigend, dieses Ende. Ja, merkwürdig, oder? Ja, also... Natürlich hast du dich... Erzähl du doch mal was. Wie hast du dich gefühlt, hast du es zum ersten Mal gesehen oder gespielt? Ja, ich habe gehofft, dass du im nächsten Teil kommst. Ich habe aber tatsächlich nicht so darauf reagiert, weil ich noch ziemlich jung war. Relativ... Da warst du noch nicht so... Da habe ich mich noch nicht so in der Nacht, oh, es ist plötzlich Magie im Spiel, obwohl gar keine da war. Das habe ich dann nicht... Aber es ist so realisiert. Ja, gut, ja. Und das begann wahrscheinlich jetzt nicht diesen Moment, wie du ihn hast. Ja, gut. Also, dass man als Kind da ein bisschen mehr von fasziniert ist, aber ich sage mal so, vielleicht gibt es ja noch eine solide Erklärung dafür, warum das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Aber dadurch, wie gesagt, dass sich das Spiel halt so in der Realität erdet. Ja. Eigentlich die ganze Zeit. Ja, gut. Und dann plötzlich sowas passiert. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, jetzt wird endlich irgendwie was erklärt, so nach dem Motto. Ja, vielleicht kommt jetzt alles richtig in Fahrt. Ja. Werden wir dann in Shenmue 3 sehen, vielleicht. Shenmue 3, absolute Achterbahnfahrt. Ein Potpourri der Unterhaltung. Ja, quasi. Also, die Story in Wendung und ohne Ende. Und alles geht... Wer weiß das schon. Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde es auch schön, wie Wong hier nicht verdeckt ist, aber sie muss sensiert werden. Ähm. Nee, aber auf jeden Fall... Ja, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass es passiert ist. Es hat mich nur sehr überrascht, so ein bisschen, sage ich mal. Und es war schon ein bisschen... Ich finde es irgendwie nicht ganz so passend, aber vielleicht auch nur, weil ich noch nicht so viel dann weiß über diese Spiegel und sowas alles. Und warum hat er diese Spiegel in Riesig gemacht? Es wirft einfach sehr viele Fragen auf. Ja, sicherlich. Und ich vermute einfach mal, dass sie in Shenmue 3 nicht erklärt werden. Oder nicht so gut, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht genau. Weil als letztens ich bei Rocket Beans Gregor drüber reden gehört habe, meinte er auch irgendwie so... Also, er war oft mal nicht begeistert. Und wenn mehr erklärt worden wäre, wäre er wahrscheinlich begeistert dran gewesen. Wenn wenigstens die Story mehr erklärt wird. Und vielleicht einfach das Gameplay scheiß ist. Keine Ahnung. Ja. Ja. Also ja, an sich ist Shenmue 2 jetzt auch kein schlechtes Spiel. Aber... Das Ende ist jetzt irgendwie wirklich... Es lässt einen unbefriedigt im Raum sitzen. Oder in der Höhle. Je nachdem. Fliegendes Schwert und Laser. Von mir aus. Von mir aus. Machen wir dann die mit einem Laser vom Phoenix Mirror kaputt. Oder bleibt der Phoenix Mirror jetzt dort? Wäre ein bisschen blöd. Wenn uns Gollum gefolgt ist, dann weiß er jetzt, dass der der Mirror ist. Egal. Erzähl dir doch mal ein bisschen. Also ja, erzähl. Was denkst du zum Let's Play? Was... Ja, war lustig, oder? Wir hatten viel... Es war eine riesige Pause. Wir sind drin, aber... Aber es hat sich doch... Der Payoff... Also es hat sich der Bilder für das Ende. Hier hat sich dadurch dramatisch nochmal nach oben geschaukelt, bei dir, wie ich merke. Naja, definitiv, ja. Naja, ich kannte halt das Ende an sich nicht. Ich wusste... Da ist jetzt eine lange Episode von irgendwie... Von Laufen und sonst was alles. Und ich wusste, dass es irgendwie in der Höhle endet. Weil Gregor und... Simon von Rocket Beans hatten bei ihrem Let's Play halt mittendrin erwähnt, dass er einfach noch in der Höhle sitzen bleibt, quasi. Ja. In der letzten Folge, die sie zu dem Zeitpunkt gemacht hatten. Und ich dachte, das ist einfach... Okay, er wird jetzt... Man übernachtet in der Höhle und da haben sie einen Cut gemacht und da fängt es beim nächsten Mal weiter an, sozusagen. Wusste ich auch noch nicht, über welche Höhle die reden. Aber mehr haben sie über das Ende auch noch nicht erzählt. Wusste nur Höhle. Ah, jetzt kann ich speichern. Jawohl. Ja, aber dann... Hab ich jetzt mich offenbar die ganze Zeit über das Ende des Spiels irgendwie, ja, um Kopf und Kragen geredet, sag ich mal. Und die Credits dabei überquatscht. Und wir haben noch gar keinen Hinweis auf das nächste Let's Play gegeben oder irgendwas. Nee. So oder so würde ich erstmal... Also mir hat es auch trotzdem trotz allem Spaß gemacht. Weil ich finde, aus den meisten der Spiele machen wir trotzdem irgendwie immer noch irgendwie unser Ding. und es macht mir trotzdem einfach Spaß mit dir aufzunehmen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ja, aber an der Stelle wäre es das denn mit dem Intro vom Spiel mit dem Let's Play zu Shenmue 2 und Shenmue 3 gibt es auch definitiv. Aber nicht anschließend, denn ja, man kann ja nicht einfach das ganze Spiel, das ganze, die ganze Story gleich zeigen. Richtig. Ja, der war, das war kein, das war nicht stark. Ja. Oh. Guck mal, das ist so noch an. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade, ich habe gerade überlegt, ob du vielleicht nicht einen besseren ich weiß auch, ob das der bringen möchte. guck mal, kommt ein Vohul geflogen. Okay, das war beides nicht doll. Egal. Alles klar. Ich würde sagen, es ist langsam spät. Wir werden uns jetzt so langsam in die Federn werfen und dementsprechend war es das mit Shenmue 2 und diesem Let's Play. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der Failort, bei mir war er wie immer der Käpt'n. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wie schon gesagt. Abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Genau. Es hilft wirklich aus, je mehr ihr kommentiert und liked und sowas alles, desto mehr wird es bei YouTube geteilt. Und denkt immer daran, die Glocke läuten. Natürlich. Nehmt eine Glocke mit und damit Tschüss, bis dann.